Die Krise in Deutschland, die ist mit Händen zu greifen. Aber der DAX, der steigt von einem Rekord hoch zum nächsten. So als wäre alles super. Sind die Anleger blind? Sehen die nicht, was los ist in der realen Welt? Und ist da beim DAX ein Absturz jetzt vorprogrammiert? Oder ist vielleicht doch alles anders? Warum steigen die Börsen? Warum ist der DAX auf Rekord hoch? Früher, da hat man ja mal gedacht, wenn man wissen will, wie es der Wirtschaft wirklich geht, dann gibt es da einen Indikator, der das perfekt anzeigt. Und das ist die Börse. Der Börse kann man nichts vormachen. Die ist das große Barometer für die Wirtschaft. Und die ist da auch unbestechlich. Und was zeigt sie gerade an? Es kann nicht besser sein. Das ist der DAX die letzten fünf Jahre. Der Chart ist von TradingView. Man sieht ganz klar, es geht aufwärts trotz aller Krisen. Klar, es hat Rückschläge gegeben. Also zum Beispiel Anfang 2020, am Anfang von der Covid-Pandemie. 2022, am Anfang vom Ukraine-Krieg. Aber ist alles Schnee von gestern. Und hier haben wir nochmal die letzten zwölf Monate. Da kann man sagen, es geht jetzt nicht nur aufwärts, sondern der DAX, der startet jetzt sogar so richtig durch. Vor fünf Monaten war er noch deutlich unter 15.000 Punkten. Jetzt ist er bei 18.200. Über 3.500 Punkte nochmal in fünf Monaten. Und jeden Tag ja fast eigentlich auch ein neues Rekord hoch. Das heißt ja eigentlich, wir sind in der besten aller Welten. Der deutschen Wirtschaft geht so gut wie nie. Ein Triumph für die Ampelregierung und für ihre herausragende Politik. Anders kann man es ja eigentlich gar nicht sagen. Das war ein Scherz. War vielleicht auch als solcher erkennbar. Weil wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel unseren Bundeswirtschaftsminister fragen, Robert Habeck, dann sagt ja sogar der, das Wirtschaftswachstum hier ist dramatisch schlecht. So schlimm ist es also, dass noch nicht mal die Grünen mehr irgendwas schön reden wollen. Wo man hinschaut, ist offensichtlich Krise. Die deutsche Autoindustrie zum Beispiel ist in einer Krise. Der Immobiliensektor und der Bausektor, die sind im Moment in einer schweren Krise. Dann ist die Stromproduktion eingebrochen letztes Jahr um 12 Prozent. Und es gibt auch Sachen, die jetzt nicht so sehr beachtet werden. Also zum Beispiel jede zehnte Gaststätte hat letztes Jahr dicht gemacht in Deutschland. Und die Stimmung, die ist auch verheerend. Die Bankvolkswirte, die reden teilweise von Alarmstufe Rot für den Standort Deutschland. Die Deutsche Industrie und Handelskammer, die redet von der größten Krise seit 20 Jahren. Und wir haben auch schon seit Jahren massive Abflüsse bei den Auslandsinvestitionen. Also das, was reingeht und rauskommt. Letztes Jahr waren es wieder minus 94 Milliarden Euro. Es wird also massiv Kapital abgezogen und Produktion abgezogen aus Deutschland. Sodass viele inzwischen ja auch von einer Deindustrialisierung sprechen, die auch schon zum Teil schon stattfindet. Ich bin ausführlich darauf eingegangen hier in früheren Videos. Und in dem Zusammenhang, auch das hier ist ein Kanal, den Sie natürlich auch abonnieren könnten. Und das würde mich auch sehr freuen. Zum Kanal Abo geht es hier unten. Jedenfalls, es sind jetzt natürlich nicht alles Probleme, an denen da nur die Ampelregierung schuld ist. Das ist völlig klar. Also zum Beispiel der starke Zinsanstieg, hohe Zinsen, Geldpolitik, EZB-Leitzins. Dafür kann jetzt die Ampelregierung ausnahmsweise mal nichts. Nur wenn man sieht, dass ein Land offensichtlich ein strukturelles Problem hat, dass es offensichtlich nicht mehr so attraktiv ist, nicht mehr so wettbewerbsfähig ist, dann ist eine Regierung eigentlich natürlich schon angehalten, dass sie da irgendwas tut. Oder dass sie wenigstens das Ganze nicht noch schlimmer macht. Aber dazu, wie gesagt, ausführlich frühere Videos, die ich hier schon gemacht habe auf dem Kanal. Und was jetzt die Börse betrifft, anscheinend ist es ja sowieso egal, wie wir gesehen haben. Die Anleger kaufen ja trotzdem Aktien wie verrückt. Nur warum tun sie das? Jetzt muss man natürlich auch sagen, irgendwie ist die Krise ja auch ein bisschen merkwürdig. Sie ist anders als andere Krisen, die wir kennen. Zum Beispiel der Arbeitsmarkt, der ist immer noch ziemlich stark. Es gibt ja auch immer noch Fachkräftemangel. Es gibt auch immer noch gute Einstiegsgehälter für viele. Und überhaupt hat man ja oft den Eindruck, dass es den meisten immer noch ziemlich gut geht. Also hier in München jetzt zum Beispiel, wenn man da so rumläuft in der Stadt, die Gaststätten sind poppenvoll. Theaterkonzerte, alles voll. Den Leuten geht es richtig gut. Man käme da nicht auf die Idee, dass da eine Krise ist. Vielleicht ist das ein bisschen ein Sonderfall hier. Eine von diesen Inseln von den Glückseligen. Es sei denn natürlich, man macht den Fehler, dass man alt wird. Und das dann mit einem Rentenanspruch von vor zehn Jahren. Also alles noch die Hälfte gekostet hat. Oder man macht sogar den dümmsten aller strategischen Fehler und denkt, man muss hier eine Familie gründen und die dann auch noch angemessen unterbringen oder sowas. Das kann man schon machen, wenn man gern jeden Tag reinpendelt in die Stadt aus Unterfranken. Aber, Scherz beiseite, so oder so, es ist auf jeden Fall eine untypische Krise, ganz klar. Und es geht natürlich auch nicht allen schlecht. Das ist in den wenigsten Krisen so. Und wem es aber auch eben erstaunlich gut geht im Großen und Ganzen, das sind die deutschen Konzerne. Und dazu muss man sagen, viel von dem, was andere Unternehmen hart trifft, das trifft große Konzerne nicht unbedingt so hart. Bürokratie zum Beispiel, das ist ja eins von den schlimmsten Übeln in Deutschland. Das sieht man in jeder Umfrage unter den Unternehmen, worüber die sich am meisten beschweren. Aber die Großkonzerne, die haben da natürlich ihre entsprechenden Abteilungen. Die kommen damit besser zurecht. Und die gewinnen dadurch dann vielleicht ja noch zusätzlich Marktanteile auf Kosten von den kleineren Unternehmen. Und was auch ganz erstaunlich war, das ist, dass sie eben auch mit der Inflation offensichtlich gut zurechtgekommen sind. Zum Beispiel 2022, als die Inflation ja besonders hoch war, da hat jeder erst gedacht, das macht jetzt auch bei den Konzernen die Margen kaputt. Bis man dann gesehen hat, von wegen, die haben es wirklich geschafft, dass sie die Preise einfach durchreichen und haben dann sogar neue Rekordgewinne erzielt. Siehe dazu auch mein Video vom 17. April. Und damit können wir festhalten, die DAX-Konzerne, sie sind immer noch hoch profitabel und auf ihren Gewinn sind sie auch nur bewertet im Moment mit einem KGV von ungefähr 13. Das ist jetzt auch nicht irrwitzig hoch, sondern das ist eigentlich auch nur der langjährige Durchschnitt. Und ganz entscheidend ist aber eben auch, dass die DAX-Konzerne den größten Teil von ihrem Umsatz einfach gar nicht mehr in Deutschland machen, schlicht und ergreifend. Zum Glück für sie, kann man sagen. 30% von ihrem Umsatz machen sie in Nordamerika, 20% in China und Asien, nur 45% noch in Europa und davon auch nur noch so 20% in Deutschland. Nehmen Sie sowas wie Adidas, produziert wird in Vietnam und in Indonesien, verkauft wird in den USA und in China. In Deutschland ist halt noch die Hauptverwaltung und da sitzt ein Mann drin und der überweist einmal im Jahr Geld an die FIFA. Sie wissen, worauf ich raus will. Und fast alle DAX-Unternehmen sind ja ins Ausland expandiert, mehr oder weniger stark und haben davon auch profitiert. Auch die Versorger, auch die Deutsche Telekom, auch die Deutsche Post oder DHL Group, wie sie jetzt heißt, weltweit profitiert sie von einem wachsenden Logistikmarkt, weil in Deutschland, da kann sie nur hoffen, dass ab und zu mal das Briefporto wieder hochgeht oder angehoben wird. Und das ist eben wichtig, wichtig zu wissen, auch wenn das viele Anleger eben immer wieder vergessen. Wer den DAX kauft, der kauft nicht Deutschland, sondern der kauft auch die Weltkonjunktur. Oder wie das die Neue Zürcher Zeitung geschrieben hat, der Börse ist Deutschland egal, beziehungsweise dem DAX ist Deutschland egal. Und damit sind ihm natürlich auch die Standortdebatten, die wir hier haben, ziemlich egal. Ein Länderindex, der hängt eben nicht unbedingt davon ab, wie gut es dem Land geht. Und das gilt für andere Länder oft auch, genauso im Guten wie eben auch im Bösen. Aber auch das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Hier nochmal der DAX auf fünf Jahre und diesmal dazu in Orange der breite amerikanische S&P 500 Index. Und daran sehen wir eben auch, und das überrascht wahrscheinlich auch niemanden groß, sie sind eigentlich eins zu eins immer im Gleichlauf. Der DAX, der hat so gut wie kein Eigenleben mehr, kann man sagen. Und das ist natürlich ein Grund mehr dafür, warum es egal ist, wie es in Deutschland jetzt läuft. Und warum steigt jetzt aber der amerikanische Markt so? Das ist dann ja die nächste Frage. Wir haben da zum einen die Begeisterung über die KI-Aktien, künstliche Intelligenz. Wieder ein ganz wichtiger Bereich, in dem Deutschland nicht großartig was zu melden hat. Da ist es schon beruhigend, wenn wir da schon irrelevant sind, dass dadurch wenigstens unser DAX steigt. Wie schön. Und dann haben wir aber natürlich in den USA auch diese Hoffnung, dass eben die Leitzinsen bald wieder gesenkt werden. Und dazu könnte man jetzt natürlich auch einiges sagen. Weil auch wenn es so kommt, aber die Euphorie mit den Zinsen, die haben wir jetzt natürlich auch schon lang. Und der DAX, der ist jetzt vielleicht nicht wahnsinnig hoch bewertet. Aber der DAX, wie wir gesehen haben, er hängt am US-Markt und der ist schon ziemlich hoch bewertet. Der US-Markt, der preist im Moment ein super optimistisches Szenario ein, das so nicht kommen muss. Und das ist aber wahrscheinlich noch nicht mal das Problem. Sondern das Problem ist, würde ich sagen, dass wir jetzt einfach schon wieder derart in einem Bullenmarkt drin sind, dass niemand mehr glaubt da, dass man den noch irgendwie begründen muss. Sondern man muss eigentlich jetzt als Anleger nur noch versuchen, dass man diesem Bullenmarkt noch irgendwie hinterherkommt. Und damit eben auch zur Frage von Eingangs, sind die Anleger blind? Ich würde tatsächlich sagen, ja, sie sind es zum Teil, zu einem großen Teil im Moment. Wir haben Begeisterung wieder und da haben eine Sorglosigkeit wieder, die nicht mehr gesund ist. Und ich werde es hier demnächst auch nochmal vertiefen, das Thema. Aber ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, die Anleger, die bräuchten jetzt eigentlich dringend mal wieder einen Dämpfer, eine kalte Dusche oder auch ein paar hinter die Ohren vom Markt, wie auch immer sie es haben wollen. Aber irgendwas muss die Anleger jetzt langsam mal wieder daran erinnern, dass es nicht immer nur hochgehen kann. Weil je länger die Anleger so drauf sind, wie sie zurzeit drauf sind, umso schlimmer wird das Ganze mal am Ende. Und abgesehen davon, fundamental gesehen, leben wir natürlich auch nicht in einer idealen Welt. Jetzt mal von der Geopolitik ganz abgesehen und von den Spannungen. Aber die Zinsen, die werden jetzt nicht wieder so weit runtergehen, wie wir das jetzt anderthalb Jahrzehnte lang gehabt haben. Wo man gesagt hat, klar, da muss man Aktien kaufen sowieso. Es bleibt einem ja auch gar nichts anderes übrig. Sondern die Zinsen, die werden jetzt dann, wenn dann, relativ langsam runtergehen. Und für die Unternehmen, da ist das alles nicht unbedingt so optimal jetzt im Moment. Die große Überraschung 2022 war, dass die Gewinne trotz der stark gestiegenen Inflation hochgegangen sind. Aber jetzt gehen sie eben wieder runter. Jetzt kann man die Preise anscheinend plötzlich nicht mehr einfach so weiterreichen. Und gleichzeitig kommen jetzt aber auch so Dinge wie hohe Lohnerhöhungen und solche Belastungen. Die Inflation holt die Unternehmen jetzt also doch ein, zumindest zum Teil. Und das sehen wir sehr gut auch an den DAX-Unternehmen. Da sind nämlich die Nettogewinne 2023 dann plötzlich doch wieder gefallen. Laut Handelsblatt um 15 Prozent. Und das ist nicht so wenig. Und das spricht jetzt auch nicht unbedingt für neue Rekordstände jeden Tag. Und was machen wir jetzt aber mit unserer deutschen Wirtschaft? Neulich gab es eine ganz interessante Talkshow. Markus Lanz wird Deutschland abgehängt. Das war das Thema. Das war unter anderem mit Herbert Diess, dem Ex-Chef von Volkswagen, und mit Joe Kaeser, dem Ex-Chef von Siemens. Unsere alten weißen Männer. Joe Kaeser ist damit konfrontiert worden, dass er mal gesagt haben soll, er hat das Gefühl, Deutschland ist so vor 20 Jahren mal einfach irgendwie eingefroren. Und dann hat er nur gesagt als Antwort drauf, na dann hoffen wir mal, dass es noch frisch ist, wenn es wieder mal auftauen sollte. Aber es ist natürlich schon was dran. Deutschland hat schon lang strukturelle Probleme. Die sind jetzt nur jahrelang wirklich übertüncht worden von der Nullzinspolitik. Und in der Sendung da, Markus Lanz, da ging es dann auch um viele ernste Probleme natürlich. Bürokratie, Demografie, Arbeitskräftemangel, Arbeitsmoral auch. Und die Energiewende natürlich auch, wo sich ja sehr viele Unternehmen, wo sie Sorgen machen. Und auch die Frage, was haben die Unternehmer bei uns noch für einen gesellschaftlichen Stellenwert? Das ist ja auch so ein Punkt. Und eins ist klar, würde ich sagen, so kann es nicht weitergehen hier. Die deutsche Wettbewerbsfähigkeit, die schmilzt weg. Man kann zuschauen dabei. Es ist auch schon lang bekannt. Und trotzdem, der Politik fällt eben nichts anderes ein, als dass in der Wirtschaft immer noch zusätzlich was reindrückt im Moment. Nur, was ich aber eben inzwischen auch glaube, ist, dass wir uns inzwischen auch selber ganz schön runterziehen. Zusätzlich noch, dass wir uns in der Krise, in der wir sowieso schon sind, jetzt eben zusätzlich noch in die reinsteigern und in die reinquatschen. Die Stimmung ist hier derart schlecht, habe ich einen Eindruck, dass man irgendwie das Gefühl hat, alle sind jetzt wirklich wieder wie gelähmt und sitzen da wie das Kaninchen vor der Schlange. Nein, das darf uns nicht passieren. Und ich weiß, das klingt jetzt für die, die die Krise trifft, für die klingt es wie Hohn. Aber es ist auch nicht alles schlecht hier. Und das muss, glaube ich, auch mal gesagt werden. Vielleicht geht ja irgendwann mal wieder ein Ruck durchs Land und wir tauen auch irgendwann wieder mal auf und sind dann vielleicht sogar noch irgendwie frisch. Wenn nicht, dann können wir nur hoffen, dass irgendwann das Briefporto noch mal angehoben wird. Ich sage das nicht uneigennützig, sondern ich habe einfach auch noch ein paar Aktien rumliegen von der Deutschen Post. Und das Briefgeschäft bei denen, das läuft gar nicht mehr gut, wie man sich denken kann in Zeiten von E-Mail und WhatsApp. Dabei war Briefeschreiben auch mal so eine richtig schöne deutsche Tugend. Aber sogar da gibt es jetzt Hoffnung. Und es gibt was ganz Neues im Postgeschäft. Und zwar den anonymen Hassbrief. Ein Megatrend und es ist völlig klar, das wird das nächste große Ding. Deutsche Postaktie all in. Und man sieht auch dran, Deutschland ist immer noch kreativ. Und es zeigt auch immer noch Einsatz und immer noch Kampfgeist, wenn es um das geht, auf das wirklich wichtig ist und auf das es wirklich ankommt. Ich freue mich schon auf Ihre Kommentare heute unter dem Video. Und davon abgesehen, zeigen Sie auch mal einen Satz. Ringen Sie sich durch hier zu einem Kanal-Abo. Wenn schon nicht für mich, dann wenigstens für den Standort Deutschland, weil das kurbelt alles unsere Wirtschaft an. Zum Kanal-Abo geht es hier unten. Wir sehen uns wieder am Donnerstag. Bis dahin alles Gute Ihnen und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin alles Gute Ihnen.